Jupp, also. Ähm, normalerweise mache ich immer so ein bisschen Pause zwischen den einzelnen Spielabschnitten, aber ich habe Pläne. Ähm, gut. Schön. Jetzt gucke ich mal, dass ich hier irgendwie... Oh Gott, wie teuer ist denn das? Dass ich ein bisschen was zu futtern kriege. Zwei. Und dann werde ich mich mal an den Vampir da draußen halten. Und den mal fertig machen. Oh, wie teuer ist denn das? Geht ja mal gar nicht. Hawkerloaf. Nee, vergiss es. Ähm, what can you tell me? Nee, brauchst mir nichts zu tellen. Nein. So. Und dann werde ich mich mal mit meinem Bogen ausstatten, weil der nämlich einfach mal ein bisschen effektiver ist als diese dösigen... Dolche, die ich habe und hoffen, dass ich den Vampir dann ein bisschen schneller niedergestreckt bekomme. Und dann möchte ich es bitte noch irgendwie hinkriegen, vorne vor die Tür von dem Ort, an den ich mich bewegen will, zu gehen. Ah, ich sehe gar keinen roten Punkt. Gut. Vielleicht ist er auch einfach nicht mehr da. Mein Steuerungstast ist kaputt. Eigentlich ist meine ganze Tastatur für den Arsch, um es mal so zu sagen. Ähm. Hm, die auf der anderen Seite funktioniert auch nicht. Oh, sehr gut. Ist da noch irgendwas anderes Böses? Nee. Nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir. In der Hoffnung, dass es ein Buch ist... Ui, teure Klamotten zu verscheuern. Sehr schön. Nicht so teure Klamotten. Ja, die hätte ich gern wieder. Und das ist unter meinem Niveau. Gut. Ja, es ist schon seit ein paar Tagen, dass meine Steuerungstaste nicht mehr so vernünftig funktioniert. Was natürlich ein bisschen tragisch ist, weil ich ja schon hier manchmal schleichen muss. Und dann wäre das ganz cool, wenn das mal so ginge. Aber es ist nicht so ganz absehbar, wann die funktioniert und wann nicht. So. Der hatte relativ viel dabei, scheinbar. Teure Klamotten. Sehr schön. Das ist mir jetzt ein bisschen zu schwer. Na gut, lassen wir. Cool. Das nehmen wir auch mit. Ja, ich muss bei Gelegenheit auch mal mehr Bücher lesen, damit ich hier irgendwie... Ähm... Wie heißt das? Ist hier eigentlich nach links. Ob ich mal wüsste, wo das so genau ist. Ich gucke nochmal auf die Karte. Oh nee, ich sollte nicht hier weiter den Berg hochgehen. Jetzt laufe ich einfach in die falsche Richtung. Äh, genau. Ich sollte bei Gelegenheit die Bücher, die ich einsammle, auch mal lesen. Ähm, damit ich ja eventuell vor den Vorteilen, die daraus resultieren, profitieren kann. Okay, das funktioniert immer noch nicht mit der Steuerungstaste. Ich habe gefunden, was ich finden wollte. Da sitzt eine Person. Okay. Ach, da ist ja noch einer. Gott, die schieben aber auch in Stress. Ja, ich wäre äußerst glücklich, wenn jetzt mein Steuerungstast wieder funktionieren würde. Nee, Hämmer, Hämmer, Hämmer tut sie aber nicht. Okay, ich hole mir einfach eine neue Taster, Taster, Taster. Ja, genau, geht ihr mal vor. Ihr seid schönes Kanonenfutter. Eine Spinne, die einen Edelstein dabei hat. Ach Gott. Äh, nee. Ich wollte die Eier mitnehmen. Ich glaube, ich war hier letztes Mal gar nicht drin in dieser Höhle. Ach, okay. Es läuft doch nicht so hektisch. Das ist ja anstrengend. Nee, hier war ich letztes Mal echt nicht. Jetzt bin ich ja mal... Ui, 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 ui. Oh, hier ist ein Handel zum Activaten. War da eine Falle und ich habe nichts mitbekommen. Darf ich bitte erst mal hier Sachen aus der Kiste klauen? Das wäre sehr aufmerksam. Voll die coolen Schatzjäger laufen einfach an den Kisten vorbei. Und dann nicht eben noch zwei von denen? Achso. Ich dachte schon. Okay. Was zum Teufel? Na gut, dann spare ich mir Pfeile. Nehmen wir... Diese schäbigen Waffen von denen nehmen wir natürlich nicht. Wo ist denn jetzt mein Pfeilsparer hin? Er ist mir zu schwer. Ach, da ist er ja. Hier, Schatzjäger, aber bloß nicht die Kisten aufmachen. Oh, ich glaube, da kam was aus der Seite. Hm, ich bin so unaufmerksam. Was hat er denn da wegge... Achso, die Ratte hat da wegge... Dingst. Warum mache ich mir überhaupt die Nühe, meinen Bogen zu spannen? Ihr kümmert euch da schon drum. Jap. Jap. Gut, sollen wir aber auch recht sein, wenn die alle Edelsteine da liegen lassen. Diese Idioten. Und alle Potions. Das Leder. Ja, was ist, Äxchen? Was stehst du da rum? Oh ja, kämpft ihr immer. Ihr kriegt das hin. Muss der mich mit anzaubern? Und wo ist jetzt... Na, ist auch egal. Ja, deswegen immer hier rückwärts Dingsbums haben. So, das Tolle ist, äh, nämlich, wenn man die Leute hier hat, dann hat man zwar schon Pfeilsparer, allerdings hat man auch, äh, kaum Möglichkeiten zum Leveln. Und ich möchte ja ganz gerne leveln. Ich würde auch ganz gerne schleichen eigentlich, um zu leveln. Was zum Teufel? Ich kann auch schreien. So, einer ist da hinten noch. Vielleicht auch nicht. Ähm, gut. Gut, das hier war ja der Meister, sozusagen. Black Soul Jam. Ja. Hm, das sieht nicht nur schick aus. Das ist auch noch verzaubert. Was haben wir hier noch? Skelett. Ja. Ähm, aber wenn die von da hinten kamen, dann haben die da bestimmt noch irgendwie Schätze oder sowas rumliegen. Deswegen sollte ich mal sicherheitshalber gucken. Ja, hier ist nämlich eine fette Kiste. Ähm, mit ganz viel Gold und irgendwelchen Edelsteinzeug und so. Ähm, das will ich nicht, weil das, warum machen wir das jetzt gerade? Ah, oh, mh, okay, alles klar. Ja, coole Sache. Ähm, nehmen wir. Schöne Sachen stehen hier unten. Cool. Jupp. Es ist groß, es ist teuer, wir nehmen es mit. Und meinetwegen kann ich jetzt auch meine beiden Kumpanen da hinten abholen, nachdem ich hier schon alles leer geräumt habe. Wenn sie noch da sind. Wir sind sie nicht. Oh, haben sie Pech gehabt, meine Güte. Ich hab mir auch ganz gut alleine geschlagen. Ja. Pia, 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 pia. Es wäre trotzdem schöner, wenn ich schleichen könnte. Das, darum geht's mir eigentlich. Oh, wie hoch geht's denn da noch? Okay. Oh. 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 Sollte sich hier nicht vorschnell abwenden. Ja, aber sonst war es das wohl, ne? Scheinbar. Ja, offiziell habe ich jetzt wohl nur die Möglichkeit... Ach ne, man kann auch hier langlaufen, schön. Ne, ich mache jetzt erstmal, ähm... Ich gehe jetzt erstmal auf den Berggipfel. Ich sehe, dass da noch eine Ruine ist. Ich bleibe an irgendwelchen Steinen hängen. Okay, bevor ich mir das angucke, mache ich jetzt erstmal Pause.